Der Mann geht arbeitend, während die Frau sich zu Hause um die Kinder und den Haushalt kümmert. Ein Familienmodell allerdings, das inzwischen längst veraltet ist. Doch wohin mit den Kleinen, wenn Mama auch arbeiten geht? Vor allem in den Städten sind Betreuungsplätze oft Mangelware und daran hat selbst der mittlerweile geltende Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nichts geändert. Auch Reutlingen kämpft seit Jahren mit diesem Problem und ist in die Offensive gegangen. Diese ersten Ergebnisse hat die Stadt jetzt vorgestellt. Kann es denn etwas Schöneres geben, als mit seinen Freunden ausgelassen herumzutollen? Doch was für die kleinen Waldwichtel des gleichnamigen Reutlinger Waldkindergartens selbstverständlich ist, ist es nicht für alle ihre Altesgenossen in der Achheimstadt. Also wir haben ja im letzten Jahr sehr viele Kinder gehabt, die wir nicht versorgen konnten. Und natürlich stellen wir den Eltern die Plätze so, wie sie dann auch entstehen, zur Verfügung, damit dort dann auch der Rechtsanspruch, den die Eltern ja schließlich haben, auch eingelöst werden kann. Das ist unser Ziel, das in den kommenden Jahren auch wieder in die Balance zu bringen, sodass dann jedes Kind auch den Platz bekommt, den es dann auch tatsächlich braucht. Dafür hat die Stadt mittels einiger Umwandlungs- und Umbaumaßnahmen kurzfristig 200 zusätzliche Betreuungsplätze in den bestehenden Einrichtungen geschaffen. Und auch wenn aktuell die größte Not damit gelindert ist, die Plätze werden nicht reichen. Also wir planen derzeit einen Ausbau von über 800 Plätzen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Programm. Wir werden diese Plätze aber auch brauchen, weil wir derzeit ja noch in einem Mangel leben und wir künftig auch noch weiter mit zunehmenden Kinderzahlen rechnen. Zahlreiche Neubauten sind deshalb nicht nur geplant, sondern mitunter bereits begonnen. Doch der zusätzliche Platz ist eben nicht alles. Die Räume zu haben ist eines. Das wissen inzwischen Gott sei Dank alle, dass man zum Bauen in den heutigen Zeiten, wo es Verfahren zu beachten gilt, wo man Bebauungspläne braucht, wo man mit Nachbarwidersprüchen umgehen muss, einfach sehr, sehr viel Zeit aufwenden muss. Aber natürlich, wenn die Räume fertig sind, müssen sie auch bespielt werden. Man braucht das notwendige Personal und die Erzieherinnen sind jetzt derzeit auch rar und knapp. Und deswegen setzen wir als Stadt Reutlingen auf Ausbildung, Ausbildung und nochmal Ausbildung. Wir haben im Doppelhaushalt die Kapazitäten dafür nochmal ganz erheblich ausgeweitet. Vielleicht gelingt es ja so, den Beruf des Erziehers wieder attraktiver zu gestalten. Geht es dabei doch um nichts Geringeres als darum, die nächste Generation auf ihren ersten Schritten ins Leben und die Gesellschaft zu begleiten, die sie später einmal selbst mittragen sollen.